Was siehst du da? Sand? Stell dir vor, wir könnten alles ganz genau sehen. Jedes Korn, jedes Teilchen. Wir könnten die Muster dahinter erkennen. Sind Sie zufällig Ramanujan? Verzeihung. Lassen Sie sich bloß nicht einschüchtern. Großes Wissen ist oft gepaart mit der bescheidensten Herkunft. Ich bin hier, um zu publizieren. Mein Brief enthielt nur einen Teil meiner Entdeckung. Um das zu prüfen, braucht man ein ganzes Leben. Zwei vielleicht. Integrale, unendliche Reihen. So etwas habe ich noch nie im Leben gesehen. Woher kannten Sie dieses Theorien? Es kam mir in den Sinn. Sie haben hier nichts zu suchen. Und jetzt raus hier! Sie verlangen nach gewissen Schritten, aber wie soll ich die machen? Hey, ich rede mit dir. Das ist unser Land. Wissen Sie, was ich aufgegeben habe, um hier zu sein? Ich habe gar nichts. Sie wollten wissen, woher ich meine Ideen erhalte. Meine Göttin spricht zu mir. Aber es gibt keine Beweise. Sollen wir ihn etwa einfach beim Wort nehmen, ja? Nein, nehmen Sie ihn bei meinem. Ich verdanke Ihnen so viel. Nein, nein. Ich habe Ihnen viel zu verdanken. Es gibt weder Beweise noch Gesetze, die sich auf Herzensangelegenheiten anwenden lassen. Uns bleibt die Unendlichkeit zu erforschen. Auf der Suche nach höchster Vollkommenheit. Also können Sie sich auf Herzensangelegenheiten anwenden Anwenden. Bis zum nächsten Mal.